Moin Boah, ich hab Spaß am Cutten Und hey Leute, willkommen zu einem neuen Video Ja, wie ihr gesehen habt, hab ich gerade beim Intro gesprochen Hab meinen Ton jetzt leise gestellt Und ja, wir spielen jetzt Duo Showdown Und ja, mit 8 Bit Aber ich wechsle gleich den Border Ich hab schon richtig viele Trophäen und richtig viele Winds Habe auch richtig viele Boxen Wir machen bald ein Box Opening Und los geht's Oh, okay Ich lasse es mal lieber Ähm, ja Wir haben einen Block im Tief Und ähm, ich hole mal diese Box Und ähm, ja, keine Ahnung Heute kam mir ja schon ein Video So ein kleines Boss das Clip Da hab ich einfach nur zwei Ähm, hab hier noch überlegt Und dann kam ein Block und Ähm, ja So, äh, oh, und das Handy Und das Handy, wir werden's nicht schaffen Ich sag schon mal vorher, weil Ich bin ja gerade auch schon im Schnitt Und ich weiß, was passiert Und wir werden's nicht schaffen Irgendeiner von den beiden wird nicht holen Ich hab vergessen, wer das war Ah, das war so Ne doofe Idee von mir, ja Äh, jetzt nehme ich eben Bibi Nach, ja, diesem Menü So, jetzt wähle ich eben Bibi aus Und, ja, ich hab richtig viele Baller Inzwischen Und ich lass euch mal wieder in Worte Wenn ihr ein Facecam wollt Hier ist sie und Ja, weiter geht's Oh, noch ein Team Ähm, ja Ja, sie, ähm Ich geh mal zur Bibi und greif sie an Sie hat mehr Powercubes als ich Oh, hier sind zwei Powercubes Hallo Pam Und, ja, ich bin jetzt gestorben Mann, das ist echt schade Ich bin gleich wieder da Ich bin wieder da Yay Ähm Ja Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll Morgen sollte vielleicht wieder Eventuell Minecraft kommen Äh, ja Ich kann mich auch gerade beim Reden konzentrieren Also, ich muss mich gar nicht konzentrieren Weil ich hab ja schon gespielt Und, ja Das passiert halt Äh, ja Ähm, keine Ahnung, was ich noch sagen kann Ich bin tot und Jetzt gleich sollte Ne WhatsApp-Nachricht auftauchen Und gleich kommt sie Und dann kommt ein Cut Weil Ich hab aber nichts gefaked Jetzt ohne Spaß Und jetzt kommt die WhatsApp-Nachricht Ich habe, äh, gecuttet Wegen einer WhatsApp-Nachricht Und, äh, das war jetzt kein Fake Und, ähm Ja, das war's vom Video Lasst gerne ein Like da Wir sehen uns dann bald wieder Und ciao Later Bis zum nächsten Mal.